Kika? Ja, dieser Kanal ist der Hammer. Dieser Kanal aus Deutschland sendet viele tolle Sendungen, wie zum Beispiel Bimian, die Powerpuff Girls, Animaniacs, Clifford de Begrettock, Cosmic Quantum Ray, The Krim Twins, Feuerwehrman Sam, Molly of the Mali, Pink Calisus und Peter Refik, Poppets Down, Super Wings, Detov, Bernd das Brot, Eleanor Wonderswein und mehr. Wissen Sie, wer Kika mag? Ich schaue mir diesen Kanal in meiner Freizeit sehr gerne an. Und wissen Sie, wer diesen Kanal hasst? Logan Galatza has diesen Kanal aus tiefstem Herzen. Also, Kika ist spitze, und ZDF auch, Sci-Fi ist scheiße. Ende des Großes.